Willkommen zurück. Wir wollten das eigentlich lösen, aber wir haben ein Problem, weil die Accounts sind leider total vertauscht hier und einige Accounts sind erst Rang 1 und deswegen können wir nicht mitspielen, weil man Rang 2 sein muss. Deswegen muss jetzt hier irgendwer mal hier einen anderen Account andödeln. So, ich habe, I don't know. Jetzt kriege ich da einen oder was? Yo, Ben. Yo, Max, was geht ab? Ich bin ziemlich gespannt darauf, diese Taktiken. Ich finde das total überwältigend. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir so Dinge machen und hier und da und so. Ich auch nicht. Ich als alter Mann muss mich erst mal daran gewöhnen, dass wir so eine harte Herrschaft haben hier. Aber ich hatte auch immer Tennistraining, jahrelang. Ich hatte auch nie Bock zu trainieren. Ich wollte eigentlich immer nur daddeln. Also ich kam auf den Platz und wollte eigentlich nur spielen und ich hatte null Bock. Und gerade von der Stunde komme ich hier rein und wollte mich so ein bisschen warm spielen. Und dann sagt René zu mir, vielleicht kann ich dabei nur eine halbe Stunde warm spielen, weil dann gehen wir die Taktiken durch. Ich dachte schon so, oh Mann, ey. Aber ich finde das gut, ey. Ich habe ja einfach bestimmt, dass René der Team-Captain ist, jetzt als Ersatz für Olli. Jetzt habe ich Floßens... Aber hast du gesehen, wie er sich reingehängt zu dem Floßens Account? Ich glaube, der hat was auf dem Karren. Ja, ja. Und er hat die Rolle einfach angenommen. Weißt du, wo Olli immer sagt, nee, nee, ich will nicht Team-Captain sein. Aber die ist auch einfach zu bescheiden. Ja, ist er, natürlich. Aber René hat das jetzt einfach, die Eier direkt irgendwie vier Kubikzentimeter größer geworden und gibt jetzt Gas, ne? Ja. Hat uns jetzt... So, okay. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch mein, ähm... Genau, mein ursprünglicher Account, weil hier ist auch mein Profilbild noch drauf gewesen. Hammer. Ähm... Heißt, wir sind ready. Genau, das heißt, wir sind ready. Wer ist denn jetzt eigentlich hier... Achso, Max ist jetzt hier der Gruppen... Was ist das für ein Account? Du bist der Gruppen-Master jetzt. Okay, das sieht gut aus. Im Moment. Wupp. Wupp. Ne? Dann müssen wir jetzt wieder mit deinem Privaten spielen und kriegen wieder... Ja, hey, das ist Quatsch. Noch mal ein fresher Bumper. Aber mein René, das ist irgendwie jetzt auch ein bisschen... Das ist enttäuschend natürlich, ne? Da hast du dir jetzt so viele Gedanken gemacht und die Accounts sind alle. Hm. So. Ähm... Also bei mir müsste es zumindest jetzt stimmen. Wer fehlt denn jetzt noch? René. René. Okay, du hast deinen privaten Account dann, oder was? Achso, weil du zu hoch gerankt bist, oder was? Ja. Der ist zu krass und dann kriegen wir wieder nur Mega-Gegner und dann... Ich probier jetzt einfach mal alle Accounts aus. Guck mal, wenn irgendjemand von rausfliegt, der mal eigentlich so ließ. Das ist nicht passiert. Eigentlich sollte das nicht passieren. Eigentlich ist das jetzt hier... Seid ihr alle noch drinnen? Ja. Guck ich mal, ob das der ist. Wer ist denn jetzt Retail-Niveau? Wir haben jetzt einen Red Alibi hier. Okay, der ist schon mal benutzt. Bist du das? Nein, jetzt ist er schon weg. Schade, wir hätten einfach mit dem spielen sollen. Aber so ist das manchmal, wenn man auf höchstem Niveau spielt. Ja. Dann passiert das. Ähm... Das ist vielleicht auch gar nicht blöd, dass wir so eine kleine Pause jetzt haben, weil wir nämlich jetzt die Taktiken erstmal in uns einverleiben können. Stimmt. nochmal durchatmen können und dann sehen wir das gleich nochmal mit frischem Blick. Und nicht so... So wie zehn Minuten vor der Mathe-Klausur pauken, nützt dir auch meistens nichts. Nee, nee. Es sei denn, du hast es ins Kurzzeitgedächtnis. Genau. Aber selbst dann, glaube ich, zehn Minuten zum Verarbeiten, zum Festigen, noch einen Kaffee trinken... Das ist eine sehr gute Idee. Ja, jetzt ist wieder Flotzenkönig. Nächstes Mathe-Klausur werde ich auch machen. Jetzt hast du den gleichen Account genommen, wie den gerade alles. Die waren ja alle an. Ich wusste nicht, welcher das ist. Ach, nee. Nein. Ja. Gut. Ich hab noch einen. Warte. Einen hast du noch? Ich hab noch ein paar mehr. Nun, wie geht es euch da draußen? Lasst uns doch mal über den Chat reden. Heute ist ja Freitagabend, das heißt Wochenende. Was steht bei euch so an am Wochenende? Habt ihr eine Party am Start? Ja, natürlich. Reeperbahn-Festival morgen. Reeperbahn-Festival. Morgen, stimmt. Wir streamen ja live. vom Hamburger Reeperbahn-Festival 1930. Danke, Max. Das ist großartig. Hier in Hamburg ist nämlich die komplette Reeperbahn mit all ihren kleinen Clubs, Bars und Kneipen Teil des Reeperbahn-Festivals. Überall ist Live-Musik. Man kann sich ein Ticket kaufen und kann damit quasi in jede Kaschemereien und sich coole Mucke anhören. Und wir übertragen das live. Für alle Leute, die nicht in Hamburg wohnen oder wie wir zu faul sind. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist richtig, richtig große Klasse. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind. Und ansonsten, was geht noch sonst bei euch? Morgen spielt der HSV. Guckt euch das an gegen Bayern München. Letztes Spiel von Bruno Labbadia. Ich weiß nicht. Guckt euch das an. Sollts Abschied. Was machst du, Ben? Ich gehe auch zum Reeperbahn-Festival. Morgen. Kumpel feiert noch Geburtstag und dann gehen wir ein bisschen abhotten. Abhotten? Abhotten. Nice. Eigentlich abhotten heißt in unserem Alter meistens vor einem Kiosk stehen und Dosenbier trinken. Aber so gehört sich das ja auch. Und über Leute lästern, die zehn Jahre jünger sind und da voller Energie, lang spazieren. Seltsame Mode haben, Schnäuzer und sowas. Ja, ja, ja. Die Kids von heute. Die müssen natürlich viel Gelächter herhalten. Das stimmt. Anders kann man das nicht vertragen. Die dann schon nach Hause gehen, ne? Wenn die alten Herren da noch sitzen und ausharren, die dann schon nicht mehr können auch. Ey, yo, Ben. Ich glaube, wir brauchen doch deinen privaten Account hier drüben. Ich habe ja mit Jens Account gespielt. Meinen privaten? Ja. Ich habe doch gar keinen privaten. Achso. Ja, hey, wundervoll. Können wir nicht Olli mal anrufen, dass er uns mal seinen Account gibt? Der guckt doch bestimmt eh zu. Wo ist Olli denn? In Bayern. In wunderschönen Bayern. Habe ich Ollis Nummer? Shit, ich habe Ollis Nummer. Ruf ihn mal eben an. Der soll uns das Passwort bitte on air durchgeben. Ja, das kann doch gar nicht sein. So, währenddessen... Auf einen geilen Wahlwerbsport. Auf einen geilen Wahlwerbsport. Klar, zeig mal den Besten, der dir einfällt. Der von Micha, der geht nämlich auch gut zwei Minuten und der ist groß. Nee, aber der ist das nicht der Beste. Bedingungslose Happiness. Style. Männerschwarm. Stärke. Universal talentiert. Zuverlässigkeit. In einer Zeit, die von Missgunst und Feindseligkeit geprägt ist, setzen wir ein Zeichen für grenzenlose Liebe. Ich bin Sophia Katz. Wählt mich fürs Beansfest. Ich bin Flo Harden. Und ich hasse Frauen. Da zeigt sich, wie der Geschmäcker sind unterschiedlich. Fandest du nicht gut? Doch, ich fand den gut. Der war gut produziert. Für ein ästhetisches Auge wie deins muss es doch ein optischer Orgasmus gewesen sein. Stimmt, aber die Seele lässt sich noch einen Inhalt füttern. Es ist so. Würst du eine? Nils spielt jetzt mit einem der sechs Accounts. Ich spiele mit meinem... Ihr könnt uns ja mal einen Account schicken. Ihr könnt den mal über den Chat mal einen Account plus Passwort schicken. Jetzt fehlen uns quasi drei Accounts. Ich weiß nicht, mit welchem Flo spielt und mit welchem Band spielt. Bei denen ist das aber geklärt. Jetzt fehlt René halt einen Account. Weil er auf Level 100 Trillionen gerankt ist. Deswegen spielt er nicht mit sein. Oli, guckst du nicht die Sendung? Nein, der ist überlegt. Oli, Mann. Alles muss man dem sagen. Gut. Ich dachte vorher, das wird die beste Folge. Du darfst doch schon voll lange hier vorne. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Das war die Flashbang. Ja, nur das. Du sollst vier nehmen. Ich durfte nicht raus aus dem Spiel. Weil René gesagt hat, wir trainieren gleich. Also, haben wir vielleicht einen Zuschauer, der auch ... Was ist der Maximalrang, den er haben darf? Zwei. Okay, wir brauchen einen Zuschauer mit Rang Silber. Nee, Rang 1 einfach. Der kann nicht am Competitive Teil werden. Der bei uns mitspielt jetzt. Er darf nicht zu hoch gerankt sein. Die ersten gehen schon rein im Chat. Seid mal ruhig, Flo. Und ihr könnt jetzt bei uns mitspielen. Was haltet ihr davon? Wir brauchen jetzt einen von euch. Also, nicht zu hoch gerankt, nicht zu niedrig. Ja, okay, wir gucken. Tschüss. Ich kann es nochmal ausprobieren. Die Frage ist, wie kriegen wir dich hier rein? Lieber unbekannter Mitspieler. Wie läuft denn das? Müssen wir den einladen? Oder musst du den Profi fragen, René? Ich kann mir eine PN schicken über Twitter, weil ich habe offen. Nice. Okay, also wie ist sein Twitter-Name? Wie ist sein Twitter-Name? Bucket F-A-Q. Bucket F-A-Q? Genau, Bucket B-U-K-K-A-K-I-T und dann F-A-Q. Wie soll er auch sonst heißen bei Twitter? Okay, Bucket F-A-Q. Was ist Bucket? Bucket ist eine Schnittstelle für Minecraft-Server. Du scheiß Nerd. Okay, B-U-K-A-K-I-T-F-A-Q. Schickt dem René über Twitter eine PM mit euren Daten, die ihr braucht. Wie gesagt, bitte nicht zu high-rankt, bitte nicht zu low-rankt. Ich verkaufe die noch nur auf Ebay, den Account. Genau, René verkauft den Account. Und dann laden wir euch ein und dann haben wir einen Community-Spieler. Ist das nicht sowieso geil? Wer von euch hat denn jetzt, wer kann denn nicht mitspielen? Ja, René. Okay, dann machst du einfach, du läufst hier rum und gibst einfach Anweisungen und spektaklet. Aber hier so der General oder Admiral im Krieg oder so, der wird hier auch nicht mitspielen. Genau genommen bist du jetzt nur besser in deiner Rolle. Kommt, proband welcher. Cäsar war vorne dabei. Ich kann auch leider nicht als Speck mit rein, weil sonst könnte man halt ein bisschen Ansagen machen. Du kannst ja einfach hier so hinterherlaufen, so wie in einer Kunstschule oder so. Das könnte ich machen für die Leute, die gerade am Werkeln sind. Ey, was ich halt nicht kapiere, Leute, was ich gerade wirklich nicht verstehe, was ist denn mit Eddy's Account? Eddy hat auch ein 6 und 6. Das ist, glaube ich, mit Ben. Ja, aber Ben hat doch vorher auch seinen eigenen gehabt. Das kann doch nicht sein. Nein, Ben hat keinen eigenen. Nein, einen von den 6 und 6. Ben hat Etienne's, das ist alles wild durchgemischt, aber Flo hat ja keinen. Guck mal, ich kriege echt Nachrichten. Hm, ich habe drei Sterne. Nice, geht los. Also, gleich laden wir einen von euch ein. Mega spannend. Das ist der spannendste Moment jetzt. Wer wird es sein, meine Damen und Herren? Wer wird es sein? Wer wird der fünfte Mitspieler sein? Ich habe einen Account bekommen. Ja? Ja. Zum Spielen? Ja. Ohne Scheiß. Ja. Von den Zuschauern? Der Accountname heißt sogar rbtv chillen. Ja, und wie ist das Passwort, Max? Willst du es auch noch kurz sagen? Dass ich gerade ein kurzes Passwort sage. Das ist ja krass. Das Passwort ist ziemlich geil. Ja, aber nicht sagen. Nee, natürlich sage ich es jetzt nicht, aber... Ach so, das Passwort. Habe ich doch geschrieben, oder? Vielen, vielen Dank. Von wem hast du denn das bekommen? Bot Awesome. Bot Awesome? Von einem Bot? Das ist doch alles. Ich rieche, dass irgendwas schiefläuft. Das Gefühl habe ich eigentlich auch. Mach mal, ob das klappt. Also wenn das jetzt klappt, dann schicken wir dem auf jeden Fall so ein Präsentpaket. Ja. Mit einem schönen T-Shirt. Oder so. Das wäre ja Hammer. Guck mal, Bot Awesome schreibt aber auch im Chat. Also es ist ein vielseitiger Bot. Was tippst du denn für ein langes Passwort ein? Das sind nur vier Buchstaben. Ach nee. Können wir bitte ein Passwort mit weniger als vier Buchstaben haben? Wir sind überfordert. Das ist sein Smurf-Account, schreibt er. Also ich glaube, das ist wirklich sein Account, aber nicht mal das kriegst du hin, René, oder was? Du arbeitest bei uns in der IT. Dir schickt jemand ein Account. Du kannst dich nicht einloggen. Krogmann schreibt mir gerade. Ein Smiley. Okay, die Nebel. Danke, Krogmann. Danke, du bist sehr hilfreich, Krogi. Nebel. Hast du das schon versucht, die vier? Ja. Ach Gott. Ja, nicht komplett retardiert. Ja. Das ist der Name. Nein, ich wünsche mir jetzt vier, zwei bis bald. Ich muss euch was erzählen. Das ist Wahnsinn. Ich denke daran, dass ich Angst habe. Ich habe Angst vor meinen Kontrahenten für das Sommerfest. Dieser Typ. Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Er ist stark und schnell. Aber wird er schnell genug sein, meinen speziellen Nebelattacken zu entkommen? Ich glaube kaum. Aber ich höre Stimmen, die mir sagen, Das ist Irrsinn. Und ja, ein bisschen Risiko ist ja immer. Und ihr kennt mich doch. Ich bin ein Typ, der gerne Grenzen auslotet. Ich bin ein Danger Seeker. Und ein krankes Schwein. Und es kommt der Punkt, an dem ein Mann tun muss, was ein Mann tun muss. Die Macht des Nebels wird euch nicht enttäuschen. Weltlord Neißenstein. Wow. Das war beeindruckend. Die Kerze hast du hoffentlich nicht aus dem Produktionsbudget bezahlt. Wer so aufwendige Produktionen macht, der muss das auch ein bisschen in den Eigeneinsatz mitbringen. Ja. Also haben wir das vierstellige Passwort richtig eingegeben? Ja, ich habe drei Millionen Accounts, aber die meisten haben natürlich den Steam Guard an und müssen mir den Code dann schicken. Ah. Das ist natürlich... Ey, aber wirklich, wisst ihr, was wirklich sehr unterhaltend ist? Hm? Krugmanns Kontrahent. Wirklich. Also der Wirt, der hat mich überrascht mit seinem Wahlwerbespot. Echt? Der ist unfassbar beziehend. Ich glaube, der wurde bisher nur einmal in Moin Moin gezeigt. Deswegen liegt er auch ein bisschen hinten. Ich würde ihm jetzt gerne diese Bühne bieten hier. Ja, okay. Einmal aufsauen, dann habe ich auch mal Accounts. Ja, aber bitte, dann jetzt der Wahlwerbespot von Wirt. Jetzt wird es aber Zeit. Cool. Schönen guten Tag. Ich bin Wirt, meines Zeichens Praktikant bei Rocket Beans Entertainment. Viele kennen mich vielleicht aus der Pokémon-Maz mit Etienne. Onkel Laser? Nein, warte, warte. Laser. Das ist nicht... Ah! Ah! Oder aus der verrückten Booty-Verse-Maz auf Tele 5? Bro, bro, nein! Nein, nein, nein! Warte, f**k! Bro, nein, nein! Bro, nein! Aber die meisten kennen mich wahrscheinlich aus dem super erfolgreichen Format Ranked. Nun, ihr habt die Chance, mir mehr Screentime auf Rocket Beans TV zu geben. Denn ihr könnt einen Stein ins Rollen bringen. Es könnten dann Formate entstehen wie Almost Wirt oder Ciao Ciao, ein vietnamesisches Morning-Format oder ein Action-Film mit mir. Er wurde deaktiviert. Oh, 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 oh! Ist das nicht fantastisch? Also wählt mich für das Sommerfest 2016, denn diese beiden sind nicht dabei und ich repräsentiere dadurch irgendwie alle Asiaten. Also wenn ihr mich wählt, wählt ihr auch irgendwie Budi. Also ist Budi auch dabei. Und ich repräsentiere noch diesen Asiaten und ihn und ihn und sie. Naja, dich repräsentiere ich nicht. Sommerfest 2016? Nicht mit Krogmann. Wählt Team Wirt. Das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung. Also es sind beides coole Typen. Vielleicht könnte man den Wot nochmal so hingehend verändern, dass die vielleicht gegen zwei andere noch kämpfen. Damit beide dabei sein können. Wie jetzt Waden gesehen? Wie jetzt Waden habe ich gesehen, ja. Aber hattest du den, das ist schon sein neuer Name, Waden Wirt. Klingt schön von dir. Wer so Waden hat, muss ein guter Mensch sein. Ich habe einen Account bekommen. Wow. Aber hat er, also das ist ungefähr auf der Band-Skala 0,3, Waden. Das ist jetzt nicht immer viel zu krass. 0,3, aber woran misst sich das denn? Nee, das ist nicht an der Band-Skala. Achso, ah, wie der Urmeter in Frankreich. Ich glaube, Max, du musst nur noch die Settings machen. Ich glaube, das ist vielleicht 0,9. Der hat eine schreckend kräftige Waden. Okay, dann einfach starten. Du musst ihn mal anfassen. Wir können loslegen. Achtung, wir suchen nach dem Spiel. Oh, es geht los. Yes, annehmen, annehmen. Was geht los? Fettes Dank an Patrick. Psycho 22296. Alter, der ist der geilste. Schick mir mal deine Adresse per PM und dann kriegst du ein paar coole Unterhosen von Dennis Heinrichs. Hat jemand von uns nicht angenommen? Und ein T-Shirt. Nee. Wahnsinn. Da stelle ich direkt meine Arme hin. Wenn wir CT spielen, dann 2B, 3A. Ich gebe B auf jeden Fall. Ich siege einfach. Und ich bleibe immer B. Ich hoffe, wir sind direkt Terror. Yes. Und sind auch direkt Terror. Wow. So, jetzt keine Waffen kaufen. Wir machen jetzt erstmal Pistole. Das machst du sehr gut, Nils. Ich muss erstmal den Sound einstellen. Hier, den Kennzern. Ey, das ist mein Account. Weißt du, wann ich das erkenne? Ich habe nämlich diese geile Glock mit dem roten Rücken. Ist so. Das ist mein fucking Account. Auf dem ich zähle die Glock mit dem roten Rücken. Ihr seht sie, ne? Das ist so. Alles klar. Die Rotrücken-Glock. Der Count ist nicht gerankt. Ich hoffe mal nicht, dass das so hoch gerankt ist. Guck mal, da ist er schon wieder. Hat er einen Kill gemacht. Aber meine Steuerung ist hier nicht. Das muss ich einstellen. Das muss ich leider einstellen. Was müssen wir denn nachladen? Das machen wir hier. Also, ihr wisst, wo ihr seid. Wer macht Smoke oben auf der Treppe? Du? Oben mache ich, ja. Ich mache Smoke on the Water. Schön. Und du machst die auf der kleinen Treppe, ne? Max Pfiff schon. Ja, ich mache die. Hä? Wer mestert mich denn da? Bot Wesley. Okay. Okay. Ich kann nicht nachladen, was denn hier los ist. Achso, weil das... Alter. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Alter. Der Sweet-Typ? Ja. Ne. Doch. Fuck. Psycho. Shit. Ne. Sweet. Peisers Pro. Sweet. Was geht mit ihm? Alter, der... So schnell kann man nicht sein. Ich hasse ihn jetzt schon. Na, ich habe ihn fertig gemacht mit meiner Piste. Nice. Ne, das war ein anderer natürlich. Vater aufs Spieler immer noch. Zwei Leute für ihn drüben. Das ist doch alles Quatsch. Das ist einer von uns. Fatze. So. Ah, ja. What the fuck? Bei denen fehlen immer noch Spieler irgendwie. Kann man die dafür nicht irgendwann... Ne, nur einer noch. Kein Problem. Ich habe ihn erschossen. Wo lief? Ich hoffe, jeder hat in seinem inneren Auge nochmal die Faktik im Kopf. Yes, sir. In einer Tür stehen und warten. Eine Smoke kaufen. Sehr gut. Ja, du musst aber auch ein bisschen gucken, ne? Aber nicht in der ersten Runde, ne? Kann man sich eigentlich Smoke und Kevlar kaufen? Ja. Hast du ja gesagt. Pistelrunner auch. Geht? Pistelrunner auch? Ne, da laufen alle zusammen. Ja. Wenn wir eine Echo machen mit Pistel, dann einfach diffusiv. Alter. Der Chris hat eine sehr gute Waffe, wenn den gleich ein Scherl schießt. Und auch wenn wir damit verlieren, einmal sieht es auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ja, das sieht super geil aus. Das stimmt. So, holen sie mir alle. Ist schon ein optischer Gewinn auf jeden Fall. Boah, nein, will ich diese Waffe? Oh. Das ist das Schlimmste, wenn man eine Pistole hat und läuft im Feuerduell über eine Waffe, die auf dem Boden liegt. Und dann nimmt er die Waffe in die Hand und hört erst mal auf zu schießen. Das kann man ausstellen, ne? Ja. Echt? Ja. Aber habe ich ehrlich gesagt auch nicht ausgestellt. Aber man könnte und sollte. Ja, auf jeden Fall. Das wäre zu empfehlen. Oh, jetzt ist mir das passiert. So, tschüss. Einfach zu gut. Oh, so. Sag mal, wie viel Zeit haben die eigentlich, bis die als Verlierer gewertet werden? Ach, jetzt geht's los, oder? Alle da. Also, Pistole, Kevlar. Kleine kleine Kevlar kaufen und dann... Ja, Kevlar kaufen, René, ne? Ich kaufe heute eine Kevlar. Heute kaufst du Kevlar? Oh, noch einer erwischt. Also, kaufen wir jetzt schon die Smoke? Nein. Nein. Okay. Aber Kevlar kaufen wir. Keinen Smoke? B? Ne, keinen Smoke. Ne, wir gehen direkt A durchs Loch. Hier ist eine Bombe. Keine Bombe. Ich werf die weg, weil ich doch mal fünftes Mann bin. Ey, Mist, die Runde spiele ich immer. René, was hast du? Wir gehen jetzt einfach A, alle. Alle einfach A? Wir brauchen einfach einen Rush A. Da liegt eine Bombe. Ja. Ich gehe unten lang. Ach, alle gehen unten lang. Das wird sehr spannend. Ey, du blockierst mich. Warum bleibst du denn zurück? Ey, wenn wir jetzt alle unten lang gehen. Ja, aber... Boah, der hat doch schon kassiert. So, das ist der erste Down. Wer die Bombe hat, legen. Ich gehe, ich gehe schon. Ich gehe, ich lege. Oh fuck, von der Mitte oder so. Ne, sitzt einer, glaube ich, in dem Smoke drin. Ich war das. Alles klar. Bombe liegt, perfekt. Jetzt verbunkert euch irgendwie. Nicht offensiv stehen, da oben steht einer komplett offen. Alter. Wo denn? Oh, wie schnell ist das denn? Der ist Base gewesen. Oh, mega mies. Einer ist auf dem Spot. Yes, sehr, sehr gut. Nice, sauber, Jungs. Wuhu, wuhu, wuhu. So, jetzt könnt ihr euch eine MP oder so kaufen, irgendwas Kleines. Man kriegt auch mit geringeren Waffen oder mit Waffen, die niedriger gelevelt sind, kriegt man halt mehr Geld. Okay, sollen wir jetzt diese Sachen da kaufen? Granaten? Du kannst eine MP kaufen, noch nicht. Also zweite Runde machen wir ab der dritten Runde. Wenn wir die jetzt noch gewinnen. Okay. Genau. Wir kaufen jetzt nichts Cooles, oder? Wir gehen jetzt doch mal A-Rush. A-Rush. Einfach durch. Damit rechnen die nicht. Verlust. Düm, düm. So, der hat schon richtig kassierte eine. Einer geht rechts. Einer steht hinten. Einer ist im Spot. Sehr gut. Rechts daneben ist auch noch einer. Ich leg die Bombe. Ich leg die Bombe. Ich save Spawn CT. Guck auf. Mann, gern. Einer oben, einer hinten noch. Bitte saven. Jo. Ich geh nach hinten. Oh, er ist in dem Gang. Ich sehe jetzt zwei Gange, zwei Gange, die kommen jetzt hoch. Eieiei, das war schnell. Oh shit. Da kommen noch zwei aus dem Gang. Ja, ja. Zwei immer noch Gang. Spawn CT ist immer noch free. Verbunkert euch einfach, die müssen kommen. Also nicht jetzt irgendwie einen Aufhelden machen. Okay, oben. Ah, okay. Er ist immer noch im Gang. Der ist schon ganz gut kassiert. Hab sie beide. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, 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 gut. Scheiße. So, und jetzt fangen wir mit der Taktik an. Genau. Jetzt die Smoke kaufen. Ich geh oben links. Ich hab leider nicht so viel Kohle. Der Verein der Rauchkanade hat er nicht. Doch, aber dann kann ich keine Waffe kaufen. Okay, ihr sagt an, wenn wir smoken, richtig? Okay, ich geh zur Tür. Genau, statt auf Position, die ersten gucken halt, ne? Einer, der, ihr wisst ein bisschen. Na ja, gut. Genau, ich muss nämlich oben auf Position kommen. Okay, ich bin auf Position. Gut, du saves rücken. Ben geht hinten, ähm, den Gang spotten. Jo, steht noch keiner. Okay, im Dings, im Durchgang ist einer. Ihr könnt. Fuck, der hat mich. Können wir? Okay, ist einer. Ja, smoked. Okay, ist smoked. Im Durchgang ist einer gewesen. Ich weiß nicht, ob das so weiterhilft. Ja, okay, ist vorbei. Smoke ist raus. Attacke. Reiner, ja. Ah! Meine Smoke hat leider nicht gesessen. Was? Hast deine Smoke hat nicht gesessen? Ah, oben rechts. Genau das müssen wir nämlich üben. Oben rechts, Zweck. Oh. Ich bin down. Fährt, die Bombe. Shit, ich hab sie. Einfach legen. Und jetzt verbunkern. Ah! Alter, mies, ey. Was ist da los? Wieso wurde ich denn geärgert? Geärgert? Geärgert mit deiner Kugel im Kopf. Wo denn? Da kommt der Kugel. Ah, crap. Okay, das war schon mal viel zu chaotisch. Weil ich war noch gar nicht auf meinem Spot, als ihr auf einmal gerufen habt. Achso, ich dachte, du warst schon da. Nee. Dann müsst ihr nochmal Bescheid sagen. Dann müssen wir noch ein bisschen trainieren. Okay, Sparrunde oder irgendwas? Ihr könnt eine AK kaufen eigentlich. Oder ihr macht kein Geld für eine AK. Aber wenn mir jemand eine Waffe geben will, nehme ich gerne. Das glaube ich mit der Glocke. Was machen wir denn? Wo denn? Wo ist hier hin? Hier nix. Alter, da. Nice. So, und Granaten auch kaufen oder was? Oder machen wir jetzt was anderes? Na, jetzt sind wir eh schon zu spät. Ich geh zur Tür nochmal. Ich smoke da jetzt trotzdem einmal kurz. Kannst du gerne machen, ja. Weil ich einmal gucken will, was ich falsch machen habe. Guckt einfach, wir sind zu spät. Ich weiß, was es war. Ben muss hinten, also immer nur ein bisschen gucken. Sonst holt dich der Sniper sofort weg. Der weiß, dass du kommst. Achso, wir gehen trotzdem aber A oder was? Alter, Schwede! Wo? Ossi, ja, da Mitte. Wie viele sind da? Mitte, wo das Sniper's Nest ist, aber der ist schon relativ weit oben gewesen. Dann gehen wir jetzt B. Wir bräuchten da nicht mehr längst gehen. Ja, komm mal zurück. Wir hatten nämlich die Bombe. Jo. Alter, ich hoffe, der One-Shot war drauf. Alles klar. Flotzen ist drauf, komm mit. Du kannst ein bisschen hinten saven, dass keiner von hinten kommt. Da ist einer, ja. Ich hatte gerade gewechselt, ey. Shit. Fuck. Jetzt wissen Sie, dass die B kommt. Genau, wollen wir jetzt nochmal A gehen? Geht unten A längst. Okay. Leise? Ja. Immer schön sneaken. Unten A? Ja. Da war er da. Okay, da sind sie auch schon. Harbin? Jetzt wieder? Er geht oben wieder längst. Oben B. Da kommt schon der Nächste. Da ist einer hinter euch. Vorsicht, Gang ist. Komm mit, komm mit. Ah, wie ist das denn passiert? Ah, der kam. Ich habe nicht aufgepasst. 2-2. Ich wäre schneller gewesen. Ach, shit. Die waren zu zweit. Das waren beide sogar von hinten. Shit. Okay, wollen wir jetzt einmal eine Echo machen? Ja. 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 Nächste Runde voll equipped. Eine Echo ist Tech-7. Also Pistol, Tech-7 und eine Kevlar. Okay. Ich habe nur Tech-9 bei mir stehen. Ja, eine Tech-9. Sorry. Und was machen? Und wo? Jetzt gar nichts kaufen, ja? Oder was? Ich raff's nicht. Ne, eine Tech-9 und ein Kevlar. Was ist eine Tech-9? Er ist eine Pistole, die schnell schießt, so. Pistolen? 1-4. Achso, danke. Tech-9. Alles klar. Oh, die sieht jetzt schön aus. Wie viele sind jetzt losgegangen? Oh, da kommen welche von hinten. Die kommen hier hinten in die Mitte. Zwei Stück mindestens. Zwei mindestens kommen von Mitte. Lass sie erst mal kommen. Ich gucke hinten an A. Kontakt, Kontakt. Auf A. Hinten. Von hinten. Back. Wir haben ihn, äh... Oh Gott, die ihn rushen uns. Ich bin richtig down. Ich habe nur noch fünf. Ja, dann geh ihn ein bisschen nach hinten. Lass einen vor. Ich gehe nach vorne und gehe den entgegen. Eigentlich versuche ich mir nur die Waffe zu holen, um ehrlich zu sein. Shit. Ich habe ihn erlegt, das ist meine Waffe. B hat eine AWP, okay. Hinten ist einer. Was ist das für eine seltsame Waffe? Ja. Oh, fuck. Okay, der ist tot. Wollen wir nicht A gehen? Ja, lass sie mal warten. Die sind voll irritiert gerade. Ja, da kommt einer von A. Wollte überhaupt nichts machen gerade. Unten, ja. Saved mir einer den Rücken hier. Einer guckt hinten, dass keiner... Ich gucke hinten. Ja, ich auch. Ich höre ihn, ich höre ihn. Wo denn? Ja, A unten. Ist er wieder zurückgerannt? Wer hat die Bombe eigentlich? Ne, der ist zurückgerannt. Ich glaube, Ben war das, der ist nicht geschlichen. Kann einer mit mir unten längst kommen? Einer kann oben. Mal gucken. Ich gehe oben in den Palace gerade. Ich glaube, die sind mega verwirrt gerade, weil wir nirgendwo sind. Wir aber auch. Also du hast die Bombe, ja? Ich habe die Bombe, ja. Ich bin A jetzt drinnen. Kann einer hier oben drauf save auf diesem Sandwich? Ja. Komme ich da hoch? Okay, ich bin A. Ja, über die Dinger. Keiner hat Smoke, ne? Ich lege jetzt Bombe. Sehr gut. Ich gucke hinten zum Spawn. Boah, ich habe voll die Flags abbekommen. Der war am Nia-Spot. Ninja, ja. Soll ich hinrushen und versuchen zu überraschen? Ich habe sie gesehen, ich vergesse. Liegt die Bombe, liegt doch. Ist doch super. Wir haben verloren. Nein, wieso der Counter-Terrorist? Fuck, die Zeit war zu ähnlich. Ich habe die gar nicht mit Spitz gehabt. Wenn jemand die Bombe nicht geleakt hatte. Scheiße, Mann. Ich habe jetzt den Nia-Spot übersehen. Das ist doch schade. Auch irgendjemand, ich habe 2000 Mark. Ne? Was machen wir jetzt? Smoken am besten. Ich müsste aber schnell sein, sonst... Okay, dann smoke ich mega schnell. Genau. Ich lauhe oben links, so wie Taktik-Band-Safe-Troffen. Okay. Ich smoke die Sniper-Position. Genau, erstmal gucken, ob unten keiner rusht. Ich gehe auf Position und dann könnt ihr auf Position gehen. Okay, die haben den Eingang gesmoked. Ich bin auf Position. Okay, dann werfen wir. Ja, einer ist oben. Ihr könnt smoke und rein. Okay. Smoke ist... Nein! Einer ist A oben links. Oh, ich habe die Smoke schon wieder verkackt. Ja, ja. Ich warte auf den Rest. Ja, geh rein. Ich gehe nicht vor mit der AWP. Da stehen drei Leute. Ihr seid tot, wenn ihr durchgeht. Nice, ey. Oh, da oben auf den Gang flungert ein. Den habe ich angesagt. Dödel. Sehr gut. Okay, ich komme hinten durch den Gang von der Mitte. Ah, fuck, ich komme nicht davon. Okay, ist alles noch ein bisschen chaotisch. Wo bist du, Ben? Ich bin jetzt tot, aber... Wir beide sind es nur noch. Wie lange habt ihr noch? Eine Minute. Hm. Ist das Flo bei mir oder was? Okay, der ist immer noch da oben auf A. Immer noch, hockt da oben immer noch. Wo oben? Da. Oh. Von hinten, von hinten. Oh, Mann. Das hat keiner Rücken. Ja, ey. Pisos Pro. Dumme Ho. Woo. Okay. Kaufen und nochmal die Smoke-Ding versuchen. Ja, holt auf jeden Fall eine Smoke. Bis jetzt müsst ihr gucken, wie ihr mit euren Geld aufklaut kommt. Also wir haben bisher eigentlich nur so eine Taktik anzubieten, ne? Ja. Aber die machen wir jetzt so lange, bis sie sitzt. Bis sie einmal funktioniert hat. Okay. Vor allem, bei mir hat noch keiner einzigen Smoke richtig gesessen, wie wir das turniert haben. Ihr müsst nur Go sagen. Ja, warte, ich bin noch nicht... Granate kommt bei A. Ist Smoke A? Ne, Blende. Ja, die haben auch gesmoked, den Eingang. Wollen wir kurz warten, bis sie weg ist? Bist du ready? Dann smoke ich den Sniper-Squad. Ich bin ready, ja. Ihr könnt loslegen. Dein Fahnenkreuz ist viel zu hoch. Ich wäre auch ready. Habt ihr? Ich habe... Okay, go. Ich habe geflasht. So, rein. Sauber. Perfekt. Alles wuchsig. Au, sehr gut. Sauber, Alter. Das läuft ja wie ein Ditkin hier. Schniesel. Ich kann das nicht verfolgen. 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 Sauber. Das war einfach zu gierig gerade, Flo. Ja, ich weiß. Hätt sich verbunkern sollen. Einer... Da steht auch keiner oben drauf. Setz dich, save dich oben. Ich habe noch 5 HP, ey. Ich habe geplantet. Wo, wo, wo. Yes! Nice! Ich war zu gierig, weil ich es so geil abgeräumt habe. Das wollte ich auch noch legen. Einer muss auf den Sandwich oben rauf, auf diesen Steinhaufen. Der kann oben komplett alles dann saven. Nice. Kannst du mir was droppen, René? Ja. Ja, nochmal, oder? Selber nochmal? Ja, wenn wir... Ja, das werden wir machen, aber irgendwann wird es halt auffällig, wenn wir das gleich spielen. Ja, aber es funktioniert halt. Wir müssen es halt üben. Ja, aber wenn die zu 5 irgendwann auf A stehen, dann funktioniert es nicht mehr. Ja, dann gehen wir B. Das stimmt. Dann machen wir was anderes. Also, ich wäre bereit. Nee, ich brauche noch ein bisschen. Ich wollte nur ankündigen. Ich wollte einfach, dass die unten nicht rushen jetzt. Ja. Ich war zu langsam jetzt. Ich... Ich... Pass auf, dass die A nicht rushen. Ihr könnt smoken, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jo. Ready? Jo, ich auch. Auf geht's. Habt ihr? Ja. Ich hab. Perfekt. Flashbang ist raus. Go. Ja, Smook sitzt. Einer Sniper oben rechts, kann aber nichts sehen. Perfekt. Einer oben auf das Sandwich. Einer sitzt da oben. Alter, fuck, kommt der von hinten, ey. Bitte komm. Penner. Okay, zwei sind hinten, kommen hinten rum. Bombard ist Nils, glaube ich. Bomber auf A ist frei. Ja, ja, sorry. Ich hab grad verrafft, dass ich das hab. Ich guck. Ich glaub, die war Spawn auf B. Mann, warum? Da darfst du dich stehen. Darsel. Von unserem Spawn, glaube ich. Ich wurde getötet. Genau. Jetzt kommen sie, jetzt sind wir tot. Du musst... Siehst du gerade, wen siehst du? Oh, Mann. Sehr gut, Mann. Stark, stark, stark. Hol die dir. Yes. Einer noch. Nee, vier noch. Mann! Deswegen oben rauf. Ja, das... Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Haben wir noch einen? Ach, der rechts. Nee. Alle down. Einer muss auf Sandwich, 100%. Ja, ich hatte ja die Bombe. Ich war auf dem Sandwich. Nee, nee, ist okay, aber Flo hätte dann raufgemusst. Ja, aber das müssen wir dann trainieren. Das war das Problem, weil ich hab... Ich war auf dem Sandwich und dann bin ich da runter und dann ist da kein anderer rauf. Kein Problem. Aber dann hätte ich da trotzdem noch runtergemusst, wenn die von hinten kommen, oder nicht? Nee, du siehst ihn ja von rechts. Dann wärst du jetzt nicht gestorben. Ah, okay. So, sieht gut aus, machen wir gleich nochmal. Üben, üben, üben. Ja, aber die sind nicht dumm. Die spielen ja nicht dämlich. Die checken doch, dass wir die ganze Zeit gleich machen. Die sind low rank. Guck mal, das hätte gerade schon wieder fast funktioniert. Das sah richtig geil aus. Ich hab's da oben gesehen. Ey, derjenige, der die Bombe hat, am besten schnell, wenn's frei ist. Wir hatten genug Zeit. Ja. Ich stehe. Ich bin ready. Ich bin ready. Mach einfach, ich bin ready. Ich hatte gar keine Deckung. Okay, go. Smoke liegt. Landgranate kommt. Smoke ist raus. Smoke ist raus für hinten. Okay, ich hör' wen hinten. Sniper hinten rechts im Smoke. Alter. Links im Liniaspot. Okay, du bist, du hast die Bombe. Nicht auf dem, nicht auf dem Dings rum. Wer hat die Bombe bekommen? Alter. Da fehlt halt nur einer im Liniaspot. Ja, die sind wieder hinten rumgekommen auch. Hammer. Ich seh' nix. Ich bin geflasht. Wir sind halt noch ein bisschen aufgeschmissen, ey. Die kommen, aber es funktioniert. Du bist hinten, Ben, ne? Achso, Max, ich bin tot. Das wollte ich gerade sagen. Die kommen wieder vom selbe WM, von unserem Spawn. Von oben bestimmt auch. Ob die wohl wissen, wo ich dir? Ja. Ah! Ja, das ist ja los. Das ist halt... Okay. Aber es wird langsam besser. Die hintere Bombe, ich weiß nicht, wer die macht. Ich meine, wir können jetzt auch mal diese Taktik antäuschen und dann einfach eine andere machen. Genau. Ihr könnt ja zweimal smoken und dann gehen wir B. Ja, das ist mega smart. Aber ich hab kein Geld. Ich hab auch kein Geld mehr. Ich kann den 100-Euro-Schein anzünden und dann... Ja, dann machen wir B, einfach alle B. Ich kann die... Ich werf die Rauchgranate noch. Ja, schmeiß sie da. Ja, los. Warte, warte, warte. Aber lass uns langsam sein. Bisher sind die immer hinten rum recht schnell gekommen. Also ich bin immer ziemlich schnell weggeflankt worden. Das heißt, wir können auch schnell auf Leute treffen jetzt. Okay, Smoke ist gelegt. Ich werf noch eine Flash hinterher, damit die denken... Ich hab Bomben. Ich bin jetzt B. Alter. Und er frackt halt mich zuerst, ne? Wo denn? Direkt vor uns. Ja, ich bin bei dem Hotel. Wo denn? Könnt ihr nochmal kurz ansagen? Nee, ist alles richtig da. Okay. Willst du wieder zurück, oder was? Nee, ich bin nicht zurück, aber da sind auf jeden Fall Leute. Mann, was ist denn hier los? Wer schießt mich denn auf 55 runter? Ich würde auch weitergehen. Okay, jetzt hinten, hinten. Oh, Alter. Oh, Mann, Mann, Mann. Wie schnell die uns immer einzingeln, ey. Das ist ja unfassbar. Ja, die laufen einfach los. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt ganz dumm gelaufen. Wer ist da noch mit mir da? Nils. Ist aber noch schaffbar. 2 zu 3. Hinter euch! Guck, er ist nicht da. Und dann hinter mir. Ja, da war richtig mal. Ja, da. Du musst da hin, da liegt auch die... Ach nee, du hast die Bombe. Ich hab die Bombe schon gepickt. Autsch. Wie viele leben denn noch von denen? So funktioniert das doch nicht. Drei. Das schaff ich so viel zu chaotisch. Bin dafür, dass jeder für sich selbst spielt. Ja, wir müssen einfach mal... Ah! Ich werde die trotzdem. Ich hab sie in der Hand. Richtig gut, ey. Das muss einfach vernünftig nach hinten abgesichert werden. Wie oft wir von hinten sterben, das ist einfach immer nur dumm. Ich wurde jedes Mal mega weggeballert, als der hinten stand. Ja, Echo, Tag 9 und Kevlar. Und vorhin? Ja, einer muss backsapen. Ich geh wieder nach hinten, ich versuch's halt wieder damit. Ähm, hat einer ne Smoke? Nee. Dann hau ich ne Smoke. So. Smoke ich Smoke? Genau, wir gehen A. Ich smoke hinten den Sniper Spot, weil der Typ immer da steht. Na, ich... Komm mal, ich mich nicht kurz höre. Jetzt ist unten gesmoked, ne? Unten ist gesmoked, ja. Meine Smoke ist raus. Warte, 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 warte. Jetzt rein, A. Sniper Platz ist... Jetzt ist die Bombe woanders, ne? Ich bin oben, ich bin oben. Komm, er kommt zu dir nach oben. Und erwischt. Die Bombe liegt oben. Ich versuch's zu... Ich kann planen, wie er mich durch den Smoke gesehen hat. Ja, er steht da an der Ecke. Smoke lag nicht richtig. Ich bin geblendet. Hinten bei unserem Spawn ist jetzt einer. Oh, wann bin ich dumm? Ja, ich war auch zu gierig. Das war's. Von rechts. Oh, ich wollte die nur holen und weglaufen. Hat nicht funktioniert. Ja, gucken, den Durchgang liegt. Aber die ist jetzt wenigstens, glaube ich, ein Stück weiter in den Palace da oben rein, sodass man sich die holen kann. Da stehen drei Leute drinnen. Gleich. Hier. Ja, geh rein. Da sind die alle. Du musst zur Bombe, also du musst so oder so da rein. Ist egal, ob du jetzt woanders hin rennst oder nicht. Wenn man am Anfang versucht, eine Taktik zu befolgen, dann schnürt man sich so ein, dass man, glaube ich, am Anfang erst mal schlechter ist. Ja. Bis das so selbstständig funktioniert, dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Weil so normalerweise spielst du intuitiv. Ja, man muss es halt trainieren. Es hört sich leicht an, aber es... Ja, ich merke das, wenn ich irgendwie so frei bin im Kopf, dann spiele ich anders. Aber dadurch, dass ich jetzt immer versuche, irgendwas zu befolgen, ist das so... Ich gehe oben links, unten habt ihr Smoke. Ich bin unten. Jetzt kannst du oben gucken, dass die nicht hinten rauskommen. Die sind fast hier. Ich habe immer wahrscheinlich mal oben rausgekauft. Vollidiot. Egal, smoke da einfach, wenn ihr was habt. Kitchener. Ja, sind eh mal gekommen. Meistens sogar zu zweit. Wartet, 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 wartet. Und jetzt Rush. Kontakt. Einen habe ich. Eine Smoke fehlt. Ja, das war meine, die ich fehlt. Flash mal zur Base. Du guckst oben, ja? Ja, ja, einen habe ich erwischt, aber da ist vielleicht noch ein zweiter. In der Mitte war auch einer auf dem Weg. In der Mitte war auch einer auf dem Weg. In der Mitte war auch keiner. Okay, gut. Ah, spawn, spawn, spawn. Unser spawn nicht. Nein, nein, deren spawn. Wo legst du denn? Bei A? Ja, A. Verbunkert euch irgendwie. Alter, ist gar nicht da. Wie denn? Was ist da raus drin? Niemals. Wo? Nie zum Gangriff. Aber nicht zum Sniper. Eigentlich müsste man den easy wegballangen. Ich denke, die ist gelegt. Ja, die Bombe ist gelegt, aber die defusen die jetzt. Shit, 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 shit. Ich kann die leider nicht rumfliegen. Ja, dann bleib weg. Das schaffst du sowieso nicht mehr. Ich hole mir die. Ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Scheiße. Ja, nochmal für Ordnung gesorgt. Ah, Mann! Egal, was machen wir? Ich habe die Bombe. Was soll ich tun? Anweisungen, bitte. Noch mal, oder? Gleich, ja. Ich tue mich jetzt schwer mit dieser Taktik. Ich weiß nicht. Sollen wir mal tauschen, Ben? Ich weiß nicht, wie man wirft. Nochmal exakt die gleiche Taktik, oder was? Ich habe jetzt eine Smoke. Ja, das soll man machen, Nils. Kommst du mit hier hin, oder? Wo bist du? Ach so, hinten. Ach so, ja, komme ich zu dir. Dann komm mal gucken. Wenn ihr ready seid, sagt Bescheid. Dann fehlt uns aber eine Smoke, wenn Nils jetzt da hinten ist. Ich bin ready. Ja, ready. Los. Ja, okay. Dann guck du oben und ich gucke hier zum Held. Und jetzt Augenblick warten? Ja, ja. Jetzt. Fuck, ich hätte einen nügendwo. Sauber, nee, sauber. Das war... Unten kommt einer, nee, Mitte wieder. Ich kämpfe immer gegen denselben Typen und der ist super gut in mich einfach nur wegsnipern sofort. War das eine AWP-Mitteil? Du sollst schon nicht rausrennen. Warum bleibst du nicht defensiv dann? Wieso ist die Bombe denn jetzt ganz woanders? Ich dachte, ich soll auch gucken. Wenn du die Bombe hast, Ben, du, die Bombe, ich geh sie holen. Ich hab doch die Bombe. Die können von hinten kommen jetzt, ne? Vorsicht. Alles läuft cheap, es tut mir so leid. Ich guck mal nach hinten. Ich kann einfach nichts. Ich kann dieses verkackte Spiel einfach nicht. Nils, bist du tot? Ja, die kommt von hinten jetzt. Hinten einer weg? Also einer mit einer AWP auf jeden Fall. Der hat Ben und mich AWP'd. Dann geh mal in meinen Spot. Also meine Sicht. Nils. Achso. Du bist Mojo? Ja, genau. Wenn du die Bombe hast, kannst du sie hier legen. Du bist auch in dem Spot drin. Du bist komplett safe und kannst geradeausgucken. Ich hab's eben mega dumm gemacht. Du standest vorhin im Gang. Dann kannst du da natürlich rausgeschneibt werden. Ja, du hast völlig recht. Das hab ich aber schon auch erkannt. Gut. Ach ja. Wo sind denn noch welche? Ich hab keine Ahnung. Ach du sie wollen, belieg sie. Ja, ich hab sie ja geholt gerade. Ja, das ist der Sniper, der übrig ist, ne? Ja, legt die einfach hin. Das ist... Bist du da nicht offen? Ja, doch, aber dann ist er auch offen, wenn er defused. Sehr gut. Gehst du auf den Bunker da oben? Ja. Also einer hat auf jeden Fall AWP. Dann safe ich jetzt CT-Spawn und Durchgang. Und ich mach Mitte und Paddle, äh, hinten und Palace oder was? Ja, Palace und... Wollt ihr euch nicht verstecken irgendwie? Wenn der eine AWP hat, dann kann er im Nachkampf ja gar nichts. Da oben, da oben, da oben, da oben. Nice. Nice. Nimm die Waffe mit. Perfekt. Zu die Armen. Stark, Jungs, was jetzt? Ne, ich bei IT. Das machen, ja. Was jetzt? Kauft Smoke. Ich hab noch eine Blend. Mir fehlt noch 100 Dollar. Ja, was? Kann man Smokes droppen? Okay, ich versuche jetzt richtig passiv hinten zu spielen. Genau, einfach nur, wenn jemand rusht, dann musst du kurz sagen. Am Anfang wurde ich nur immer komplett weggeballert, weil zwei Leute... Ben, du bist jetzt hier hinten rum, oder was? Dann warte ich bei dir. Ja, ich bin jetzt hier in der Tür drinne und gucke, ob ich was höre. Also hier ist gesmoked. Ready? Ne, warte. Ich werde hier oben schon geblendet. Oh fuck, Max, da kommt einer. Ich stehe lieber nach oben. Das ist Rush A, ne? Achso, ich denke, du bist da oben in der Tür. Ne, ne, sorry. Mann! Haben sie gerusht? Das war so, ja, ja. Das war so schlecht. Wo denn? Von T-Spawn jetzt. Ja, die snipen hinten. War ich auch wieder zu gierig. Das sind nur noch wir beide, Nils, ne? Scheiße, ich gehe hier einfach den entgegen oben. Dann gehe ich mal Richtung Bombe. Warum haben wir denn eigentlich unsere Taktik aufgegeben? Welche? Zu einem Drittel. War doch eigentlich gerade so ein bisschen, aber ein bisschen zur Bombe. Achso, ja, da ist keiner dabei gewesen. Deswegen hat es unten den Rush nicht. Ja. Lass ihn mal laufen. Die Bombe liegt übrigens, ah, ihr müsst da hin. Und ein Sniper steht da noch. Den hat Ben aber gerade weggehauen. Perfekt. Sehr schön. Bombe zusammenlegen, schnell. Oder so. Nice. Sauber. So, wir müssen uns jetzt trotzdem einigen. Machen wir jetzt dieses mit den drei Smokes? Genau. Ihr könnt auch zu zweit da, wo Ben es hinten rum gucken, ob da ein Sniper sitzt und zwei smoken halt. Okay, wir werden mal eine AWP haben. Nicht unbedingt. Ich kann damit leider auch nicht viel anfangen, aber die ist viel wert. Du kannst es wenig geben, sonst. Wurde, ich halte sie einfach mal. Versuch das einfach mal. Okay. Also, das gleich nochmal, ja? Ja, ja. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht wieder rushen dann. Ja, die, bei oben ist sowieso einer Rush. Ich kann jetzt warten. Ihr könnt, wenn ihr ready seid, sagt Bescheid. Dann schmeißt einfach. Ja, warte. Ich noch nicht. So, ich hab den oben. Ich höre jemanden, ich höre jemanden. Dann go, go. Lass mich weggeballern, dass er hört. Da kommt noch einer. Sauber, René. Habe ich mir auch die scheiß AWP hoch. Jetzt sind es nur noch drei. So Smokes liegen. Easy game. Lant ist raus. Okay, ihr seid geplant. Sorry. Ich bin drauf. Hier sieht es eigentlich ganz cool aus. Ah, da ist Sniper. Sniper, Terrell Spawn. Links, links. Hatt ich Flash. Fuck, ich bestiegen mich nicht mehr. Wie dumm. Jetzt flashe gerade Max. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ihr könnt A rennen, übrigens. Ist sehr gut. Oder einfach One-Shot in Korb. Wie wir das gemacht haben, aber. Schön. Nochmal gut aufgeholt. Gut, 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 gut. Ja, es ist noch ein bisschen hakelig, aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich kann leider Ben nicht sehen. Ich weiß nicht, was er macht, weil er ist am Fluchen. Ich gucke da auch zu wenig hin. Okay, was nun? Also, ich gehe auf jeden Fall B. Pistole machen wir A-Rush. Wir, also wirklich Rush, durch Rush? Ja, wir gehen A. Kevlar. Wir gehen alle A? Ja. Was ist das denn für eine dumme Taktik? Hallo, jetzt vertrau mal dem Team-Käften. Entschuldigung, Chef. Mann. Die können halt nur da vorne rauskommen. Also verbunkert euch ein bisschen. Ich hoffe, da sind sie schon. So, Hammer. 2 zu 1. Oben, Oben. Gang, gang. Weg, ist weg. Wieso? 2 weg. Okay, Bombe legt, Bombe legt. Einer noch beim A kurz. Oder wie das auch mal heißt da unten. Nicht jetzt reinlaufen alle. Bombe ist down, unterm Palace. Ist nur noch einer, oder? Ja. Ja, lass den kommen. Pass auf, dass keiner hinten kommt. Ja, genau, ich guck Palace. Camp hier rum. Camp hier rum. Perfekt. Vielleicht will jetzt einfach nur Geld saveen. Ja, jetzt T ist auscampen super dumm, dann kriegst du auch keine Kohle. Aber vielleicht seine Pistole nicht. Oder rennt da der Ben, dann gibt er seine Positionpreise. Nicht so viel rennen, Ben, die hören nicht. Okay, Entschuldigung. Was sagt die Uhr? 45 Sekunden. Wie lange braucht die Bombe zum Turnieren? 30? Die Uhr hört auf, sobald die Bombe gelegt ist. Ja. Also zum Planten braucht er 5, glaube ich. Wenn er sie aufhebt, gibt es auch nochmal Zeit oben drauf. Echt? Hm. Counter-Strike ist so ein Affenzirkus geworden. Okay, da steht er. Nice! Sehr schön. Erste Runde gesiegt. So, 7, 9. Jetzt kommen wir langsam wieder hoch. Okay. Was tun wir? Ihr könnt euch ein bisschen eine kleine Farmers kaufen oder was auch immer. Kevlar müsste eigentlich noch reichen, oder? Wenn ihr nicht gestorben seid. P90 kann ich mir kaufen. Ich bin gestorben, aber ich kaufe einfach nochmal. 2 B, 3 A. Am besten in Ninja-Spot setzen. Ich würde A gehen. Ich gehe B auf jeden Fall. Ich bin in Flo B. Ninja-Spot setzen. Genau. Du kannst dich reinsetzen. Du hättest ein paar geile Spots und uns auf B zeigen können. Naja, da wo ich das von gezeigt habe. B ist was oben. Irgendwas ist B oben. Blend war da gerade. Die laufen zu hoch. Der Sweet. Der Sweet. Bombe B, Bombe B. Pass auf, Mitte ist auch schon einer. Cat ist jemand. Ja. Und oben war auch noch einer drin. Ich gucke Mitte. Shit, die sind da lang gelaufen. Oh, fuck. Oben einer raus. Pass auf. Ist raus? Ja, ist weg. Mann, du schsch. Wo? Schleichen, schleichen. Auf B drauf. Auf B? Ja, hier runter. Sehr gut. Nice. Mann, ey. 4 HP. Bestes Team. So, das bleibt jetzt so. Also, die jetzt auf B gegangen sind, können gerne B bleiben und wir gehen nochmal A. Ja, bitte. Ninja-Spot, Headshot-Spot und einer guckt durch den Tunnel. Ey, im Headshot-Spot habe ich eben in der ersten Runde gestanden. Das ist ja fantastisch. Man hat das nur klatschen hören. Da würde ich immer stehen. Was ist das? Das, was René vorhin gezeigt hat, da ganz vorne an der Kiste, da hast du nur einen ganz schmalen Bereich, aber kannst halt einfach durchballern. Oh, nein. Wir nerven die Jungs jetzt ein bisschen und smoken hinten rein. Smoke. Und, oh. Einer Tunnel gucken, einer guckt oben. Ich gucke Tunnel. Achso, du auch? Dann gucke ich oben. Hast du gesmoked oben? Ja. Ah, die sind schon wieder, der Typ ist schon wieder da oben. Kontakt. Da habe ich irgendwie aus Versehen den Kopf geschossen durch die Smoke. Kontakt durch den Palace, oder was das ist. Oben, rechts oder unten? Oben? Oben, immer noch B oben. Immer noch B oben. Sehr gut, Nils. Mehrere. Gut, B. Wir müssen B. B? Gehen wir zu B? Ja, Bombe ist B. Oh, fuck. Wir gehen von hinten rum. Einer ist raus mindestens. Ja, einer ist raus. Kommt noch einer mit? Ich komme rum. Ich komme zu B von der anderen Seite. Einer ist da noch. Fuck. Einer ist im Gang. Alter, Flo, was geht? Safe einfach die Bombe. Keiner durch den Gang gehen, durch die Mitte. Was für ein Gang? Den hier? Die Mitte. Nee, nee, da ist alles safe. Okay. Könnt ihr euch verbunkern. Es kann auch sein, dass da einer von hinten kommt. Nils, jetzt. Genau, da könnte einer save in den Rücken und zwei save in die Bombe. Perfekt. Sehr schön. Das Ding gewinnen wir noch. Klar, Mann. Ist gleich der Ausgleich. Ist ja sehr CT-lastig. Ich habe schon wieder verloren. Hat einer meinen Rücken hier, ja, ne? Also ich habe oben. Genau. Es ist kein Craig-Teamspiel. Geduld ist hier die Hauptsache. Auch wenn es jetzt langweilig wirkt, aber wir gewinnen dadurch. Es wirkt doch nicht langweilig. Das ist das Anstrengendste, jetzt konzentriert zu bleiben und nicht einzuschlafen. Und dann kommt er nämlich. Gleich tötet er mich von hinten. Ich weiß es nicht. Nein, Ben steht hinter dir. Ja, aber der kann... Du meinst mich, oder? Ja. Was ist der Countdown? Ich habe Musik auf den Null, aber trotzdem. Wir sind sehr gut. Nice. 9, 9. Ey, Flo. Ja. Eure größten Respekt. Vielen Dank. Nicht schlecht. So, das Gleiche wie eben. Wenn B zu viele sind, sagt Bescheidung, kommen wir. Hat mich was für brauchen wir eigentlich nicht. Wir blendgenade Rauchgranate. Will jemand eine P90 oder so? Schmeiß aber weg. Habe ich weggeworfen. Ist okay. Wir haben genug Kohle. Okay, kommt. Wieso bin ich der Einzige, der ein Dev-Kit hat, obwohl ihr alle irgendwie über 3000 Dollar habt? 300 meinst du? Ich lasse mich wieder an Ninja und check die Lage. Die legen die Bombe nicht, weil die zuviel sind. So, ich habe B hinten. Kontakt. Hab ihn. Flo, hast du gebraucht auf B? Ja, ich war's. Saved einer oben. Kontakt, die kommen. Durch den Gang. Ich habe den zweiten. Jungs, hört ihr mich. Okay, die Bombe liegt in dem Gang. Ich komme über Base. Da ist Sniper. Wo war der Mitte oder was? Wo war das? Warte mal, was? Einer ist Mitte, sorry. Einer ist Mitte ange-bitcht. Wo sind die denn? Okay, ich laufe wieder zurück. Der ist das, der ist das, glaube ich. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Da ist wieder einer. Ich gucke hinten. Nein, ich hätte ihn doch. Was war das? Flo, links, 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 links. Der sitzt da. Links, von dem, links sitzt er. Von dem Gang. Ja, 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 da, 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 da. Der rechts, wann siehst du das nicht? Was? Da waren wir doch. Sorry, ich habe dich geschossen. Wo denn? Alles okay. Da? Schießt du auf deinen Teamkollegen? Ja, weil ich gerade im Terrormodus war. Sorry. Der Schurke. Ihr habt, glaube ich, auch uns falsch koordiniert. Ja, ja, die dachten, ich... Ich habe bei Flo geguckt. Gut, ich habe Flo abgeschossen, aber... Wir wollen die anderen auch noch eine Chance lassen. Ich mache mal ein bisschen. Richtig. Okay, okay. Tunnel. Also Durchgang, da. Sauber. Haben wir es gut. Ich würde gerne mal meine Farmers mal loswerden. Und so. Ach, fuck, das ist ein Scout, ne? Die will ich auch nicht. Will jemanden ein Scout? Kämpfer kaufen, Erschärmung, Kit kaufen. Versuch doch, Granaten zu kaufen. Ich habe keine Kohle. Kann mir jemand was... Ich kann dir was droppen. Ja, mach mal. Ich bin so dumm. Da liegt sonst ein Scout, falls du willst. Oder hier in der M4. Danke. Okay, ich gehe wieder zu A. Was ist da los? Zack-Tunnel. Das ist der Hammer, Flo. Der Hammer, danke. Ich schmeiß hier oben mal eine schöne Prankknade rein. Weil der Typ kommt immer wieder von da oben. Wer hat gespookt? Smook. Kontakt. Oh Mann, hab ihn. Ja, ich gucke auf den Tunnel immer. Alles klar. Auf dem Tunnel. Nils ist Tunnel, ich gucke spawnen. B oben, B oben. Wieder ganz viele. Alles klar. Bombe B. Habt ihr gehört? Kommt zu B, ja. Ja, ja. Wir kommen von hinten. Bombe B. Einer safe. Einer down. Zwei down. Der hat sie bei A. Einer bei A. Links, 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 links. Wo war der? Der ist in der Mitte. Yo, hab ihn. Bombe down. Bombe down B auf dem Spot. Oh Mann. Das ist der Letzte, der auf A ist, ja. Bin ich auch der Letzte? Ich komm von hinten. Hallo. Ey. Bombe liegt oder nicht? Bombe liegt genau in der Mitte vom Spot. Ja, dann schärfst du ihn. Nein, also. Ey, Jungs, lauft nicht so wie die Hühner da rum. Wenn der jetzt von hinten kommt. Bleibt doch locker und kämpft da schön rum. Ihr lauft da schön, irgendwie bildet ein tolles Ziel. Savest du oben? Ja. Alles klar, ich bin hier. Lebt Ben noch? Nein. Nur wir zwei. Das schaffen wir. Pass auf, dass er nicht da rücken. Wo ist er? Wo denn? Ich hab gerade bei dir geguckt. Er geht jetzt bitte. Er hat die Bombe aufgehoben. Oh nein. Jetzt legt er sie. Tu was. Da hinten. Das war ein Fake liegen. Nicht nach. Mach die Zeit. Lass die Zeit einfach runtertreiben. Ja. Ey, ich verstecke dich. Er legt, er legt, er legt. Er lockt. Da, er lockt, er lockt. Er legt, lockt. Legt, lockt. Oh, Stadaa! Ja! Nice! Alter, das war voll anstrengend. Achso, ich dachte, das wäre so fast. Ja, das wollte ich von dir. Ja, das ist anstrengender als Sport. Ja, ist es. Ich schwitze. Nice gedödelt, hast du das. So wieder 3A. Oder es kann auch immer 3B gehen. Nein, Quatsch. Auf B geht hier nix. Mann, ey, wenn ich dein Aiming hätte. Ich smoke hinten. Ich gucke hinten nach vorne. Ich gucke lang. Ich gucke wieder Gang. Wobei... Ah, Smoke liegt im Gang. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe gesehen. Ne, ich habe welche gesehen. Entweder die laufen zu B oder die kommen hier hoch. Oh, B ist einer Mitte. Mann! Habe ich. Hier, Jungs, wir werden beschossen vom Gang aus, ja? Ja, die snipen hier rein. Alles okay. Die können noch B kommen. Ich komme B. Hinten rum. Ja, die versuchen hier. Bleib einfach. Lass sie einfach kommen. Die müssen da die Bombe liegen. Schweine. Deckt einer nach hinten ab? Einer ist hinter uns, ja. Orange müsste hinten abdecken. Wer ist denn das? Achso, okay, ist keiner mehr da. Dann zähl ich wirklich. Alter, fuck dir. Ich stehe da in diesem... Wie heißt das nochmal, Eagles Nest oder so? Richtung B. Ich habe einen, der kam von hinten. Okay. Hat die besiegt, wie man die Bombe nie, oder? Yes. Ganz, ganz stark. Alter, ich mache mir gerade ein bisschen selber Angst, wie ich abgehe. Das ist ja vollkommen krank. Braucht ihr mal eine Waffe? Ja, ich... Max zum Beispiel, aber der chattet gerade ein bisschen. Ich lege dir mal eine hin. Ja, Max. Brauchen wir auch gerade irgendwie nicht. Hm? Sexismus-Floh-MVP. So möchte ich ab jetzt nur noch angesprochen werden. Ich rache mal zum Fenster. Macht das Sinn? Wer hat da gesmoked? Einer von euch? A. Spawn. Alter, okay. A. Vom Spawn direkt waren mindestens zwei. Ja. Shit. Ich komme über Base. Kommen wir über Mitte? Okay, die machen A. Auf jeden Fall. Ich habe A schon gesehen. A. Au, ja. Nein, ich Idiot! Fuck! CD-Spawn ist einer. Alter, nilz, man. Nice! Endlich habe ich auch mal einen Kill. Nice! Vielleicht, weil ich keine Munni mehr hatte. 12, 10. Alles noch offen. Ich werfe gleich eine Prankgranate unten rein. Ich gehe jetzt mal B, also... Bleib bei A. Ich gehe wieder mal Fenster jetzt. Aber wieso? Die sind doch wieder bei A durchgekommen. Bleibt mal zu dritt bei A auf jeden Fall. Das ist doch Quatsch. Dann gehe ich rüber. Ja, wie gesagt, ich rushe jetzt zum Fenster. Hä? Nein. Oh, der war fail. Egal. Da läuft keiner durch. Kontakt! Beim Fenster. A safe. Mitte B. Einer. Nein! Oh, den habe ich zu spät gesehen. Er sitzt, wenn du aus dem Gang kommst, rechts. Alter, ich kotze! Die ist gut, die Pose, ne? Bei B ist zwei Leute bei B mindestens. Dann müssen wir B gehen. Leg die Bombe bei B. Leg die Bombe bei B. Ja, sehr gut. Wenn du... Ich hink an der fucking Kastatur, du Arschloch! Das gibt es doch nicht. Oh, was macht der denn da? Sehr gut. Oh man, oh man, oh man. Come on, oh man. Leg die Bombe? Scheiße. Ja. Osa, ich habe keinen Diffuse-Kit. Oh, ist das mega spannend. Ne, schaffe ich nicht mehr. Natürlich schaffst du das. Ich habe keinen Diffuse-Kit. Du hast vergessen zu kaufen. Jetzt könnt ihr mich hassen. Naja, schaffe ich nicht mehr. Für das Team. Alter, einen hast du noch. Cheats off. Bei uns, oder was? Hm? Warum schreibt der Typ cheats off? Werd das geschrieben? Kann mir jemand was kaufen, oder seid ihr alle selber broke? Ich meine, es lohnt sich eh nicht, in mich zu investieren. Jetzt habe ich leider eine Farmerskriege vielleicht hin. Ne, auch nicht mal das. 700 Mark. Ich könnte dir was kaufen. Jetzt ist auch zu spät. Da. Ich gehe zum Ninja-Stand. Ich rush die Pizzles. Ich hatte was gekauft. Oh, geil. Danke. Sorry. Fuck, wo bin ich denn hier? Kontakt beim Fenster. Also B wieder alle, oder was? B, schießt auch was rum. Nein, wieso gehe ich denn da hin? Auf B jemand? Auf B? Naja, der kommt runter. Langer. Bei den Langgangsjungs bei A. B ist, Bombe ist B. Eine AWP auf jeden Fall. Ja, da, Ben, genau. Oh, da steht ein. Mahnt noch einer von hinten, du Scheiße. Ich rush einfach nicht mehr. Ja, Bombe ist auf B auf jeden Fall. Da haben sie sich schon auch wieder aufgesammelt, oder? Ah! Messer, hier messert jemand. Hinter dir. Ja, hier messert jemand. Sag doch, dass du da stirbst. Ich weiß nicht, dass du hinter mich stehst. Und nicht A. Bombe ist B. Okay, hol ihn dir, hol ihn dir. Yes, hol ihn dir. Ja, Mann. Bombe liegt. Holst du dir. Hast du Death Kit? Ah! Möchtest du mir eine Echo machen? Nee, also ich nicht. Ihr? Ich habe keinen Coolen mehr. Ich auch nicht. Ich bin so dumm rumgerascht. Was kaufe ich mir denn da jetzt? Ich bin jemanden der Scout. Ich habe mir selber eine Scout gekauft. Danke. Aber dann spiel jetzt mit der. Nein! So was macht ihr jetzt? Ich kann nicht mit der Scout spielen. Ich gehe A und gucke in den Tunnel. Ich habe mir eine Scout gekauft, wenn ich keinen Cool habe. Und passt auf euren Rücken auf. Nicht, dass sie wieder euch messen. Es laufen schon wieder drei zu B. Nee, einer kommt zu B. Achso, nee. Das ist die Mitte. Okay, einen habe ich einmal erwischt. Schau mal. Das ist nicht übel. Oh, fuck. Das war scheiße. Oben zwei. Bombe auf B. Kommt schnell rüber. Ja, Tunnel ist noch, oder? Kommt zu B. Smok. Nice. Schwein wollte schon wieder. Das seid ihr. Ja, ja. Hab ich halt gesehen. Okay, du bist da. Sniper habe ich aus Mitte. Ich laufe hinten rum über B. Bei B oder wo? Der muss. Die Bombe war B. Shit. Ich komme mit rein. Ich komme mit rein. Sagt, wo sind sie? Ey, Alter. Wo sind sie? Wo war? Der ist schon tot. Bei der Bank. Bei welcher Bank? Links, links, links. Sauber, Nils. Nils geht einfach rein und macht ihn kaputt. Wo ist die? Sind alle tot, ne? Ihr könnt defusen. Hast du das defuse-Kit? Nee. Aber das langt. Die werden gleich mal AGP haben, sonst werfe ich die weg. Nee. Obwohl. Machst du nicht das defuse-Kit? Oh, ich behalte sie. Probieren wir es mal. Langt. Sauber, Jungs. Das wird schon wieder so eine enge Kiste, ey. War mega chaotisch, aber. Meine Hose ist nass. Ja, das war einfach jetzt, weil ich einmal nicht diszipliniert bin, einfach da oben reingesprungen und dachte, komm, ich aim hier eh alles weg. Direkt tot. Ey, exakt, das ging mir auch so. Da war man übermütig rumgerusht. Weg ist sniped. Mega dumm. Nie wieder. Du snipest Tunnelband, ne? Ja. Ich bleibe jetzt feige. Stay feige. Feige lebt länger. Passt einer oben auf die Dings auf? Ja, die smoken jetzt hier. Die machen unsere Taktik. Halten die sich für klug oder was? Die können YouTube-Videos gucken. Oben? Er hat sich gesmoked. Jetzt smoken wir hier. Guckt das alles oder was? Ist die Barber auf A gewesen? Passt auf. Oben Dings. What the fuck? Wie läuft der denn? Ah. Sind die alle bei A oder was? Ja, ja. Oh Mann, ey. So, wir kommen. Lauf du schon mal rüber, Max. Pass auf, jeder von hinten, von hinten, von hinten. Mann. Das hat keiner hinten gesaved, ja. Du warst vorne tot, ne? Dann hätte ich hinten saven müssen. Verdammt. Einer ist auf jeden Fall auch vorne bei A noch gewesen. Sind alle A jetzt. Die wissen jetzt leider, wo ich bin. Ich habe keinen. Jetzt sind die entscheidenden Runden. Ja, hol ihn dir doch. Ja, 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 ja. Kommst du? Einer snipet dann. Wo denn? Hurry, 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 mit Curry. Rechts, 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 ja. Du hast ihn. Sehr gut. Los, 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 los. Ich kann mich schaffen. Geh weg. Max hat die Wüskette. Die Punkte, wir Freunde hier. So ein Punktegeier. Du hast den Bombengeier auf den Fall. Ich habe überlegt, ich gehe runter, Leute. Nice. Super, wir brauchen wir mal eine Waffe. Ne, ihr habt alle voll viel Geld. Ich gehe wieder auf den Tunnel. Diesmal mit einer guten Waffe. Ich rush jetzt. Ich smoke, spawn von denen und versuche oben, die Brandgranade reinzuschmeißen. Move it, move it. Also keine Panik wegen Smoke. Okay, ich habe die Galerie sonst hier. Okay. Du guckst wo. Tunnel kommt einer, Tunnel hat mich weggeballert. 2A oder was? 2A, Tunnel. Geh schon mal rüber, Max wieder. Ja, komm mal. Bombe liegt A. Noch einer? Ah, okay. Der ist für dich, Nils. Ich save rechts, dann kannst du da Tunnel gucken. Okay. Ich glaube der letzte ist B zumindest. Ne, der war hier gerade in der Mitte. Oh, was? Wie schlecht, 2 noch B. Ist die Bombe bei B auch? Ne, die Bombe liegt bei euch bei A. Bleibt einfach da. Ja, dann bleiben wir da. Dann gehe ich nach hinten, ja. Ich save nicht mehr den Gang, ich save hinten jetzt. Wo hinten, oben oder? Die können auch über Base kommen, ne? Achso, da ist Nils. Ich save hier Spawnpunkt. Sehr gut. Ich mach Tunnel. Nice, Max. Habst du Spritzen sehen, ne? Ah, der kommt von hinten. Im Gang, im Gang. Sauber, Jungs. Das war mal nicht chaotisch. Ne. Das war sehr, sehr gut. Außer von mir. Wir brauchen noch einen Sieg, ne? Sehe ich das richtig? Den holen wir uns jetzt. Champion Style. Ich freue mich drauf. Ich gönne mir Autosniper. Autotacker. Dann machst du dich richtig beliebt jetzt. Ja. Ja, letzte Runde. Schmeiß die Brandgranate in die, wo denn da hinten geradeaus? Ja, mach. Ich smoke noch hinterher. Und Brandgranate. Geile Brandgranate von mir. Alles klar. Einer Tunnel. Ja, ich hab Tunnel im Auge. Okay, wir wurden geflasht. Ich bin verwirrt. Ich hab oben da die... Oben, oben. Kontakt, ich hab ihn. Sehr gut. Bombe auch? Ne, Bombe liegt hier nicht. Tunnel. Spawn bei den. Komm, bitte. Okay. Alter, was machen die denn hier? Oben, oben. A sind sie. Ihr könnt rüberkommen. Autosniper. Das ist wie Morhun, ey. Voll gut. Er deckt einer hinten, Nils. Nicht, dass die jetzt euch umzingeln. Okay, da kommt einer. Nee, dann bleib du hinten. Der da gerade den Spawnpunkt kommt. Jo. Keiner B. Ach, Bombe liegt da. Alles klar. Ist safe. Saved einfach. Kontakt, Galerie. Palace, Palace. Sauber, Jungs. Das ist der Sieg. Victory, Jungs. Schaut euch das mal an. Ich glaub, das war die beste Runde bis jetzt. Oh, Farmers Colony. Ja, mit etwas Taktik. CT zumindest. Nach so einer Runde. T war noch ein bisschen hakelig. Nach so einem Auftakt, dass wir das noch gewonnen haben, Jungs, ganz stark. Zwischenruhe, ich war echt weit hinten. Flosen mit einer überragenden Runde. Das war ganz gut. 36 Kills. Niemand kann mir erzählen, das ist der Sweet-Typ. Was hab ich? Hast Quake gespielt mit 36 Kills. Aber vor allen Dingen nur ein Assist, woran man einfach sieht, dass ich alle selber umgehauen hab. Ja. Was? Ihr seid gerankt worden, Leute. Oh. Ui. Alter, Gold Nova 3. Ben, Alter. Ist Gold Nova 3 gut? Ja. What the fuck? Also Max ist Silber 3. Aber das ist ja gar nicht dein Account. Ich bin Silber 3. Ich bin eigentlich ganz im Rang unter euch. Ich bin Gold Nova 3. Das ist der Account von Etienne eigentlich. Aber was heißt das denn jetzt? Das heißt, wir haben eine krasse Gegner, weil ich Gold Nova 3 bin, oder was? Na, wir spielen ja auch Fragen von Gold Nova 3. Also du spielst gerade mit Etienne's Account? Ja. Aber okay, Etienne hat auch relativ gut gespielt die letzten Wochen. Okay. Was heißt denn das jetzt? Wie geht das? Du spielst deinen Account gerade, oder was? Ich spiel meinen Account, ja. Hallo. Zeit für Werbung. Ja, okay. Wir machen ein bisschen Werbung. Das war ja mega erfolgreich. Superspannende erste Runde. Gleich gibt's natürlich die zweite Runde. Wir freuen uns sehr. Ohne lange zu sülzen. Bis gleich. Folge. Okay. Bye. 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 Vielen Dank.